Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind wieder in Lübeck, 7. Juni, 1300. Tiedemann-Wallendorp hat ein bisschen Geld verdient schon. Und bevor wir losfahren mit seiner Jackals, wollte ich nochmal ein paar kurze Worte verlieren zum Thema Wirtschaftssystem und wie das hier eigentlich funktioniert. So ganz grob erstmal habt ihr das ja jetzt schon kennengelernt, was so An- und Verkauf betrifft. Aber hinter diesem hübschen Spiel steckt eine ganz, doch eine ganz erstaunlich tiefe Wirtschaftssimulation. Die das Spiel kennen, die wissen das, aber ich will es trotzdem einmal ganz grob versuchen zu erläutern. Also, wir haben hier ein tatsächliches Angebots- und Nachfragesystem, was wirklich auf Konsumenten und Produzenten basiert. Das heißt, wir haben in diesen ganzen Städten, die ihr seht, wohnen Leute. So, hier zum Beispiel 1600 und in den anderen Städten auch. Also zusammengenommen am Anfang hier etwa um 1300, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, dass hier etwa 40.000 Menschen wohnen in diesem Bereich. Und all diese Menschen haben eine Nachfrage. Sie haben sozusagen eine tägliche Nachfrage nach Gütern. Und das ist dann nochmal differenziert, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, zwischen reiche, wohlhabende und arme. Die haben alle eine gewisse unterschiedliche Nachfrage. Und das wird dann auch, kann auch genau berechnet werden, auf wie viel tausend was nachgefragt wird. Also das ist ganz klar definiert. Das verkommen, konsumieren sie gewissermaßen. So, und dann gibt es natürlich eine weitere Nachfrage. Das sind so Konsumgüter. Also, ich sag mal, Bier gehört dazu, Felle, Fisch, Fleisch, Getreide, Gewürze, Honig, Keramik, Leder. Ein bisschen Salz, glaube ich, Tuch, Wein, Wolle. Ne, Tuch und Wein. Genau, das sind die Konsumgüter. Und dann gibt es Güter, die werden von den Bürgern nicht nachgefragt, sondern von den Betrieben. Also, es sind so Vorprodukte, zum Beispiel Eisenerz. Ach so, Eisenwaren werden, glaube ich, auch nachgefragt von den Bürgern. Ist ja auch egal. Eisenerz ist zum Beispiel so ein klassisches Vorprodukt. Oder Pech gehört dazu, Holz natürlich, Ziegel. Das sind Sachen, die zum Beispiel für den Bau gebraucht werden. Und dadurch steht also eine zweite Gruppe von Waren, die nachgefragt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wird das Ganze produziert? Und produziert wird das derzeit ausschließlich durch städtische Betriebe. Städtische Betriebe sind auf der Karte nicht sichtbar aus Übersichtsgründen. Aber sie sind da. Hier in der Markthalle hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Hier sieht man die Produktion. Hier steht fälschlicherweise übrigens Wochenproduktion. Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Das ist ein Fehler. Das ist tatsächlich die Tagesproduktion. Allerdings ist das, glaube ich, der Wochenverbrauch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall die Tagesproduktion. Also, die Städte produzieren selber. Und dann gibt es die ganzen Händler, die also jetzt die Ungleichgewichte zwischen Produktion und Verbrauch im Ostseeraum ausgleichen. Das ist ja das Grundprinzip des Handels. Es wird nicht überall das Gleiche produziert, sondern überall Unterschiedliches. Und die Händler sind dazu da, das zu verteilen. Und die Bedarfe möglichst überall zu decken. Und das wird hier auch getan. Und der Clou ist jetzt also, an der Zeit ist es so, dass etwa eine Bevölkerung, also die Nachfrage einer Bevölkerung von etwa 50.000, mit den jetzigen Betrieben versorgt werden können. Das heißt, am Anfang gibt es erstmal noch keine großen Probleme. Man kann als Händler, gibt es vielleicht sogar eine gewisse Überversorgung. Und man kann aber trotzdem gute Profite machen, wenn man weiß, wo man was kauft und verkauft und so weiter und so fort. So, aber in dem Moment, wo dann die Bevölkerung, der Bedarf der Bevölkerung befriedigt wird, wächst die Bevölkerung. Und sie wächst, ich hatte das das letzte Mal schon angedeutet, indem hier Bettler in die Stadt kommen. Und derzeit haben wir 75 Bettler. Die Bettler kommen in die Stadt, wenn es den Armen gut geht. Wenn die Armen glücklich sind oder sehr glücklich sind, dann kommen von außen Bettler. Also, das ist jetzt sozusagen kein reproduktives Wachstum. Also, die gebären hier nicht alle in 5 Tagen Kinder, die dann erwachsen sind. Sondern hier sehen wir sie. Naja, das sind jetzt keine Bettler. Aber die Zahl der Leute, die hier so rein und raus marschieren, die soll angeblich repräsentieren, wie viel hier dazukommen oder wie viel weggehen aus der Stadt. Ja, in der Tat. Also, auch die Leute, die hier rumlaufen, das hat alles eine Bedeutung. Und die kommen dann aus dem Unenland. Also, so wächst die Bevölkerung dieser Städte. So, und wenn die Bevölkerung der Städte wächst, wächst natürlich auch die Nachfrage. Es werden mehr Güter benötigt. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo die städtischen Betriebe diese Güter nicht mehr herstellen können. Und dann, wenn dann jetzt nicht findige Händler anfangen, auch Betriebe zu bauen und selber sozusagen neu zu produzieren, dann gerät das ganze System in eine Krise. Und das ist also sozusagen dann mittelfristig unsere Aufgabe. Also, am Anfang geht es einfach nur darum, die Nachfrage zu decken, weil genug Güter da sind. Aber wir müssen dann gucken, wo, welche Betriebe bauen wir, wo kriegen wir die vernünftig mit den Vorprodukten versorgt. Wo, ja, und man muss sozusagen ein großes Netzwerk dann bauen. Und ja, man muss vieles bedenken, weil zum Beispiel, um diese Betriebe zu bauen und Wohnhäuser zu bauen für die Bettler, die ja die Arbeitslosen sind, die müssen ja dann auch irgendwo wohnen, wenn sie irgendwo arbeiten. Daraus rekrutiert sich dann übrigens wieder die neuen Arbeiter und so weiter. Die verbrauchen wieder mehr und so weiter. Also, es ist sehr, sehr interessant volkswirtschaftlich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist aber auch egal. Ihr ahnt, was dahinter steht. Und man, genau, Baumaterialien. Man muss also auch ständig Holz und Ziegel ranführen, um dann die zunehmende Bauproduktion zu befriedigen. Sonst hält das Wachstum da nicht Schritt. Also, es kann hier auch zu richtigen ökonomischen Krisen führen. Und man kann hier auch richtig pleite gehen. Es gibt auch sowas wie Blasen und so in dem Spiel. Also, es gibt schon sogar interessante, so eine Art volkswirtschaftlichen Abhandlungen über dieses Wirtschaftssystem. Das sieht alles sehr niedlich aus. Dahinter steht aber wirklich eine ganz interessante Simulation, die man erst so mit der Zeit durchschaut. Okay, das als kleiner Einstieg. Also, ich werde mich jetzt zurückhalten mit diesen Monologen ab jetzt praktizieren wir das hier einfach nur. So, und wir fahren jetzt los. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Zeit. Es war in Lübeck schon wieder Biermangel. Das heißt, wir müssen schleunig hin. Und zum Beispiel, das ist nochmal wichtig, also, dass wir hier die Betriebe, also zum Beispiel Eisenwaren, werden in Lübeck produziert. Die werden aber nur produziert, wenn sie auch Eisenerz haben. So, das heißt, wir müssen dafür sorgen, wenn wir Eisenwaren verkaufen wollen, dass wir Eisenerz in die Stadt bringen. Denn sonst können keine Eisenwaren produziert werden. Aber Eisenwaren wiederum, das Eisenerz wiederum macht jetzt die Bevölkerung nicht glücklich, sondern die wollen ihre Konsumgüter haben. Und so muss man immer überlegen, was produziert man, um die Bevölkerung zu befriedigen und was produziert man, um Geld zu verdienen. Also die Produkte, die, sag ich mal, so wie Eisenwaren oder die Luxusgüter, das sind die Produkte, wo man Geld verdienen will. Und dann gibt es so die Grundnahrungsmittel, da will man einfach nur die Bevölkerung versorgen. Ja, das muss man auch bedenken. Okay, Leute. Fisch ist alles nicht günstig. Bier ist auch nicht so toll. Da kaufen wir vielleicht mal fünf Fässer hier. Also, Rostock. Ne, wir sind ja in Stettin. Hanf brauchen wir nicht. Das hatten wir das letzte Mal sinnloserweise gekauft. Dann geht es weiter nach Danzig. In der Hoffnung, dass wir da günstiges Bier bekommen. Das wäre schon sehr schön. So, kein... Ja, hier ist das Bier deutlich günstiger. Es geht zwar immer noch günstiger, aber es ist schon ganz okay. Und was können wir hier noch? Feines... Oh, wir können Fische verkaufen. Aber wie wir die verkaufen können, das sind super Gewinne. Geht alles raus. Fleisch, Hanf, Leder. Fleisch ist zu teuer. Hanf brauchen wir nicht. Leder. 271. Ne. Ist auch nix. Dann machen wir uns auf den Weg nach Malmö. Da wird auch nach Eisenwaren verlangt. Ich hoffe auch noch, wenn wir da sind. Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Halt, wo ist die Kneipe? Hier. Kein Kapitän da. Fisch. Ah, Fisch läuft der im Moment echt gut. Bin immer so ein bisschen skeptisch bei Fisch. Muss man natürlich auch aufpassen, dass wir Lübeck nicht Fisch wegkaufen. Hier können wir Eisenwaren verkaufen. Das ist sehr in Ordnung. So. Fleisch. 934. Ja. Leder. 265. Nein. Tuch. Tuch kaufen wir ein bisschen. Nicht übertrieben. Okay. Fälle geht eigentlich. Können wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Erstaunlich. Und dann geht es weiter nach Aalborg. Und Beniger hat wieder zugeschlagen. Aber wir fahren trotzdem nach Aalborg. Aber jetzt ist unser Schiff nicht mehr markiert. So, komm. Ja. Das hast du dir gemerkt. Sehr schön. So. Ich muss immer rein in die Stadt, weil wir immer nach dem Kapitän schauen müssen. Bier. Ist nicht so toll, aber Eisenwaren läuft richtig gut. Und das ist super. Und was kaufen wir hier? Wir wollen Eisenerz kaufen. Ich denke, bis 900 können wir da gehen. Fleisch ist auch noch in Ordnung. Ja. Kaufen wir sogar zwei. Wichtig ist jetzt die Versorgung. Und Leder gibt es doch hier manchmal günstig. 220 ist aber sehr günstig. Gut. Und auf noch Oslo. Wir haben noch ein bisschen Eisenwaren und vor allem Bier. Das können Sie auch hoffentlich in Oslo gut gebrauchen. Also, kein Kapitän. Na, wieder das Schiff deselektiert. So, jetzt sind wir hier. Ja, Bier können wir ein bisschen verkaufen. Aber wir wollen auch noch was von Lübeck haben. Das habe ich jetzt fast vergessen. So, Eisenwaren läuft sehr gut. Das Geschäft. Und den Rest wollen wir einkaufen. Eisenerz. Ist nicht so doll. Felle. Nehmen wir auch noch einmal mit. Und Fleisch ist nicht gut. Tran. Ist hier immer ganz interessant. 77, 78. Ja. Nehmen wir mal direkt 20 mal Tran mit. Okay. Dann hätten wir es erstmal. Und glaube ich, wir haben noch Bier. Aber wir wollen auch Lübeck mit Bier versorgen. Deswegen geht es jetzt direkt zurück nach Lübeck. Okay. Gut. Gut. Und wie immer der Blick in die Kneipe. Und wie immer nichts da. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt wollen wir auch mal gleich direkt hier verkaufen. Felle. Was hatten wir da eigentlich eingestellt bei den Fällen? Wir können jetzt 1300. Ich glaube 1200 haben wir gemacht. Bier werden wir mal ein bisschen verkaufen. Der Rest kann unser Kontormann machen. So. Sehr schön. Langsam füllt sich das Konter. Ich muss mal gucken. Hatten wir jetzt alles Tuch und Tran. Ist glaube ich neu. Tuch, Tran, Leder. Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Tuch, Tran. Müssen wir einstellen. Tran. Machen wir mal für 140. Leder. Den Rest glaube ich haben wir den wir jetzt brauchen. Mal gucken. Ich gucke mal kurz noch auf den Tran-Preis. Ne, wir sind hier bei Max. Das bringt nichts. Ach, Tran ist hier im Moment auch super vorhanden. Also die Stadt ist gut versorgt. Das muss man einfach so sagen. Gut. Dann werden wir uns wieder erstmal aus dem Kontor bedienen. Hat der gute Mann. Ja. Der hat sehr schön eingekauft. 30 mal Eisenwaren. Und Fisch nehmen wir alles mit an Bord. Und dann geht es wieder los. Auf unsere Runde. Rostock hat kein Bier. Ich hoffe, Stettin hat Bier. Und vor allem hoffe ich. Dass sie einen Kapitän haben. Haben sie aber nicht. So, Eisenwaren können wir nicht verkaufen. Fisch auch nicht. Aber wir können Bier einigermaßen gut kaufen. Wichtig für uns. Kommt. 30 nehmen wir mit. Und ansonsten ist Stettin immer nicht sehr ergiebig. Also fahren wir gleich weiter. Nach Danzig. So. In Danzig. Ab in die Kneipe. Und wir verkaufen Eisenwaren. Wunderbar. 10 Fass. Sehr schön. Und Fisch können wir auf jeden Fall auch zweimal verkaufen. Und wir kaufen Bier. Bier. Unmengen Bier. So viel wir. Boah. Das Bier ist so günstig. Und gut. Sehr schön. So. Fleisch ist zu teuer. Haben wir das jetzt? Leder 250. Ja. Immer zwei Fässer mit. Und jetzt geht es weiter nach Thorn. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen teure Wolle. Also günstige Wolle, die wir teuer verkaufen können. Erst ein Blick ins Wirtshaus. Nein. Keine Erfolgsmeldung. Und hier können wir schon Bier ganz anständig verkaufen. Das gefällt mir. Ebenso wie Eisenwaren verkaufen wir auch 10 Fass. Und selbst Fisch können wir hier super gut verkaufen. Wunderbar. Damit haben wir schon einen Großteil unserer Verkäufe erledigt. Und wir kaufen hier in Thorn nochmal ein. Gucken wir mal. Ich vergesse immer, was hier in Thorn immer ganz gut war. Honig. 108. Wir können auch mal Honig kaufen, finde ich. Fünf Fass ist in Ordnung. Keramik ist hier auch in Ordnung. Kaufen wir auch mal bescheiden fünf Fass. Ja. Und hier unten Wolle ist sehr interessant hier. Wolle gefällt mir hier echt gut. Okay. Dann. Fleisch für 910 ist auch gut. Da kann man auch nicht meckern. Da nehmen wir gleich zwei mit. Wunderbar. Dann haben wir zum Verkaufen immer noch ein bisschen Bier und ein bisschen Eisenwaren und fahren weiter nach Malmö. Dort ist gerade Keramik. Dort ist gerade Keramikmangel. Das interessiert uns aber nicht. Wir wollen das eigentlich nach Lübeck bringen. Die gerade erstandene Keramik. So. Was können wir verkaufen? Eisenwaren. Immer noch Eisenwaren. Ist so ein gutes Geschäft. Ich liebe den Eisenwarenhandel. Den Rest wollen wir nicht verkaufen. Wir wollen vielleicht noch einkaufen. Eisenerz 591. Was ist das für ein Hammerpreis? Hammer mäßig. Da werden wir uns voll laden damit. Viel mehr können wir nicht kaufen. Fälle nehmen wir noch. Wertvolle Fälle nehmen wir noch ein bisschen mit. Ja. Gut. Jetzt können wir gar nichts mehr kaufen, sondern wir müssen jetzt einfach verkaufen. Weil unsere Laderkapazität voll ist. Und vorher schauen wir mal hier rein. Keine in Sicht. Was verkaufen wir denn? Wir können nur noch Bier verkaufen. Eisenwaren sind schon nicht mehr da. Gibt es noch irgendwas sehr günstig zu kaufen? Eisenerz 855. Kann man auch noch machen. Aber wir warten lieber ab. Die Preise in Oslo sind vielleicht noch ein Tick besser. Da wird noch Bier verlangt. Wir haben es an Bord. Dann kommen wir genau rechtzeitig. Hoffe ich doch zumindest. Abrechnung wird gerade erfolgt. Wartet mal. Ne. Ich will erst in die Kneipe gucken. Nix da. Und. Ja. Bier ist leider schon geliefert worden. Schade drum. Dann würde ich sagen. Fälle sind jetzt sehr, sehr günstig. Decken wir uns lieber hier mit Fällen ein. Das kann die Stadt wirklich gut gebrauchen. Okay. Mehr können wir nicht. Mehr können wir nicht einladen. Und das ist aber jetzt eine richtig gute Tour gewesen. Lübeck hat schon wieder Biermangel. Wir kommen ein bisschen zu spät. Aber wir haben ganz viel Bier mit an Bord. Dann fahren wir ein in die Stadt. Und immer noch Biermangel. Hervorragend. Aber erstmal gucken wir, ob wir ein... Ne. Diesmal ein Einbrecher und alles mögliche. Aber... Kein Kapitän. So. Den Biermangel werden wir jetzt erstmal schön beseitigen. Sehr schön. Und... Den Rest... Oh, Fälle ist auch wieder gut. Den Rest überlassen wir, glaube ich, unserem... Unser Freund hier im Kontor. Ja, ihr seht auch, wie das hier... Dann immer schön weniger wird. Sehr gut. Kontor gut bestückt. Gut zum Verkaufen. Aber warte mal. Wir haben was neu. Keramik und Honig. Ist neu dabei. Darf ich mal kurz nach den Preisen im Moment gucken? Hm. 234. Das ist viel zu billig. Weiß nicht. Honig 150. Verkauf. Das muss auch noch besser werden. Gut, da müssen wir ihm was sagen. Also Honig bitte verkaufen für... Ja. 160 wollen wir da schon haben, ne? Keramik. Machen wir einen Verkauf von... 260. Ein bisschen Gewinn brauchen wir auch. Wovon sollen wir denn sonst leben? Keramik. Achso, warte mal. Wie ist gerade hier der Keramikpreis? Ja, der muss schon noch steigen. Okay. Okay. Gut, Leute. Was? Habe ich hier Wolle vergessen? Ich habe tatsächlich Wolle vergessen. Gut, sehr schön. Okay, wir haben... Wir machen ganz gute Geschäfte. Ich denke, das nächste Mal... ...werden wir uns mal schon mit dem Gedanken befassen... ...ein neues Schiff in Auftrag zu geben. Ja, durchaus. Die Kohle haben wir. Aber wir haben noch keinen Kapitän. Na mal gucken, wie wir das hinkriegen. Gut, Leute. Also wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinballen. Gut.